Sooo, everybody, da bin ich wieder mit Zeppelin Giants of the Sky! So, ich habe gerade beim Aufzeichnen bemerkt, dass die letzte Folge nicht aufgenommen worden ist. Also, ihr bekommt sie gar nicht zu Gesicht, die letzte Folge. Wir sind ja zuletzt in Cairo stehen geblieben, haben uns genau zurück an Land gezogen und ich habe schon zwölf Minuten weiter gespielt. Und diese Episode hat Traps leider nicht aufgezeichnet, sodass ich alles wieder von vorne spielen muss. Nein! Okay, ich sollte Thunderbird im Hintergrund ausmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da ist gerade eine Nachricht reingekommen. Eine E-Mail. Okay, wir fliegen jetzt... Wir fliegen jetzt zurück von Cairo nach Berlin. Jawoll! Jawoll! Ja, okay, ich habe mich auch schon jetzt gewundert bei der letzten Aufnahme, warum der Sound so stotterfrei ablief. Gut, werde ich mir fürs nächste Mal merken, wenn ich am Aufzeichnen bin. Wenn der Sound nicht stottert, dann ist das Spiel... Dann ist Queps nicht am Aufzeichnen, alles klar. Ja... Äh, genau... Ähm... Produktion... 100... Assembly... Da lasse ich mal ein paar mehr bauen, da wir in der letzten Episode, die ihr leider nie zu sehen bekommt, den Zuschlag von den Ägyptern bekommen haben. Und ich habe auch versucht, ein... Ein... Ein, ähm... Ein Langstreckenkreuz zu fliegen, in der letzten Episode. Habe ich auch geschafft, von London nach, äh, New Delhi, aber allerdings... War der Zeppelin dann im... Katastrophal-Zustand. Und ich bin dann bis Athen gekommen. Und dann habe ich dann, wie gesagt, gemerkt, dass... Ich wollte es gar nicht aufzeichnen. Okay... Executor ist in Berlin angekommen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Werbung gemacht? Nö... Haben wir nicht. Nehmen wir Desert Oil Company... Okay... Accept... Yes... Back... Wir tanken wieder auf... Präparieren müssen wir ja nicht... Erfschieb, 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 Erfschieb... Da schlägt doch gleich das Herz wieder höher. Hehehe... Okay... Das war ne Null-Runde. Das sagen die Deutschen auch wie. Von wie nach dahin? Bist du bekloppt? Da fliegen wir nicht mit. Recht haben sie! Hahaha... Wie gesagt, die lukrativeren Reisen sind die... Von London nach New Delhi und wieder zurück. Da kann man ruhig dann, äh... 1200 Pounds nehmen. Dann schlagen dann wirklich dann 40 Mann zu. Okay, ähm... Ja, wir sind jetzt in Wien. Und ihr wisst ja schon, was ich mache. Ich speichere mal wieder. Nur um sichern zu gehen, dass ich jetzt wieder nichts Falsches sage. Safe Game. Wo sind? Und wir gehen in die Stadt und... Die Angebetete ist... In Mexiko! Das, das gibt's doch nicht! Mäuschen! Bleib doch hier! Dein Wehofener ist da! Die mag mich nicht mehr! Die, das ist bestimmt jetzt ein Katze und Mausspiel. Die will, dass wir da rüberkommen. Rosen, Rosen... Was machst du nur mit mir? Määh! Määh! Hehehe! Gut, ok! Was mache ich dann? Ich flieg nach Kairo! Ich mache einen Frustflieg! Äh... Ja, äh... Eine Frustphase! Ab nach Kairo und dann von Kairo zurück nach Berlin! Jawoll, Sir! Jawoll, Sir! Da lacht er! Hehehe! Und dann geht's dann wieder zurück nach Berlin! Wir müssen den Zeppelin schon erwarten! Seppelin! Kein Verlasser auf die Technik hier, du! Na dann mach mal. Ja, schönes Wetter heute. Schönes Wetter heute. Soll so bleiben. Ist auch so geblieben. Blum, blum, blum. Mal gucken, was macht die Produktion. Wir wollen ja nicht, dass... ...wir hier... ...nicht produzieren können, weil wir keine Baumaterialien zur Verfügung haben. Luftschief. Das wollten wir ja warten, hab ich ja gesagt. Rittbergs. Okay, das geht nur alles klar. Da ziehen wir wieder 25 Mann ab. Dann machen wir Okai. Die Executor bleibt gut. Dann sind wir noch im Dock drin. Alles klar, dann... ...krauten wir uns lang die Eier. So, apropos Eierkrauten. Mal gucken, wo ist Sam. In New Mexico. Die Maus, die traut sich nicht mehr aus dem Haus raus. Also, mit der Schleuder trau ich mich jetzt nicht nach Mexiko. Weil Mexiko... ...Berlin-Mexiko, da unten ist sie Mexiko. Und das ist... ...wäre etwas zu gefährlich, bis wir es über den großen Teig drüber... ...nur wenn die Triebe mich locken... ...ne, riskier ich kein Templin. Hehehe. Gut, ähm, ja. Erschieb, 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 Erschieb. Luftschief! Ach ja genau, Luftschiff. Ähm... Dann wieder die Jungs. The Pairs wieder zurück. Okay... So, irgendwann muss doch mal sich der... ...sicht Ägypter melden. Oder bin ich jetzt vorher nur nach Ägypten hingeflogen und habe vergessen mich zu registrieren? Oh Gott. Hehehe. Das wär's jetzt nämlich. Dann müsste ich mir mal das äh... ...vorige Video angucken von der vorletzten Episode. Wenn das so ist... ...dann äh... Okay. Aber ich glaub... ...ich glaub meine Zeit ist sie schon wieder rum, Leute. Deswegen sag ich mal... ...bis zur nächsten Episode von Zeppelin Giant of the Sky.